Es gibt zwölf neue, also die Weihnachts-Skins haben. Ja. Noah Reinhardt natürlich nicht. Der hat doch schon einen schönen Bart. Verteidigung, kommen wir. Wir machen heute hier, komm. Oh, oh, Mario als Symmetra. Ich bin gespannt. Ja, was denn? Hallo? Für den Türmchen basteln und so. Ich habe mir nämlich alle aufgeschrieben, die hier tatsächlich nicht haben. Ich muss mal einen Zillen finden. Keine Ahnung. Egal. Ja, bin ich mal gespannt, ob er hier reich oder sonst es wirklich reich. Ich werde schon. Ich mag mich mit euch, bin ich hier weg. Ja, haut ab. Mach's gut. Hallo, das ist doch was Neues. Und Hallöchen Hannover-Fan. Herzlich willkommen. Ich bleib schon mal bei BSB, ne? Somit verspille ich auch 100 Jahre mal. Ja, da ist der komische, der mit seinen Nüssen jongliert. Der Clemens. Ja, ja, ja. Riecht gerne mit. Mario, komm mal eben. Da gibt's eine ganz miese Stelle. Bei dem Typen unter dem Rock. Unterm Rock? Unterm Rock? Ja, da kann man auch die Tarots hinstellen. Unter welchem Rock? Unter welchem Rock? Vorne bei den großen Anubis-Statuen. Oh Mann. Oh Mann. Jetzt kommt die Post, äh, die richtigen Hardcats. Oh, da kommt ne Diva, äh, äh. Oh, Puck. Ja, läuft bei euch schon. Oh. Das Tor ging auf und der Sekunde hat, der mich getötet. Wir haben auch ne, äh, ne Mercy. Der wird auch... Immer ruf hier. Jetzt kommt der Junkwet. Ich steht nur auf. Ich bin die Hälfte. Oh, komm, die Diva ist gleich kaputt. Äh, deren Widow bist du oben auf dem Balkon. hier auf dem Balken rein Bild fast down, vorsicht au 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 ne verdammt das trat weh Ah, Schild wieder halbvoll wieder rein Schild fast down, vorsicht So, schönen Headshots verteilen Ähm, irgendjemand ist rechts drin Ich weiß nicht wer das war Genji ist das glaube ich Genji ist oben, ne Genji ist hinter uns, ne ich geh hoch Ja, Vorsicht mal Ja, nicht wo vorne Ah, der Junkwit war fast down Genji down? Oh, die Widowmaker Kannst du die mal runter machen, Peter, bitte Wenn ich wieder da bin, ja Guten Appetit, Nick Hau rein Oh, der Junkwit ist wieder da Oh, der Junkwit ist wieder da Bild fast down, vorsicht Ähm, oder Anni Oder Anni Ries bitte auf, äh, auf die Sniperin, ja 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 Sniper tot Ah, Genji ist wieder hier Fuck, fuck Ich kann nichts machen, wenn der Genji die ganze Zeit runter Mh, mh Mh Ja, und für die haben Russen mit dabei Ähh So, Anna ist schon mal down Sehr schön Oh, die Widowmaker, Mann Ich erwisch die nicht Ähh, Hansu ist links oben drauf Ich hab grad meine Laser zerstört, zumindest ein paar davon Sorry, aber irgendeiner muss ein Sniper echt Naja, ich hab's probiert, die hab ich vorher gekriegt Ja, ich mach mal den Hansu Weil die snipen durch, gehen das ganze Team raus Ja Kann nicht sein Hansu ist down Oh, mein Ulti ist fertig, vielleicht ist das ja mal ne Chance Die Anna hat mich erwischt Ah, ich hab sie... Na, angekratzt, leider hat's nicht gereicht Mist, warum? Ah, verdammt jetzt Macht zwar so grad keinen Spaß, aber es reicht ja, sie da zu halten Ach, Reinhard Ah, alles liebt Oh, nee Der Hansu, der Hansu kommt Jetzt sind sie, glaub ich, zu viert oder so Ja, die... Achtung, Drache Wir gucken auf jeden Fall mal, äh, wann wir die Tasse verlosen Wollen wir danach auch mal gleich Ja, dauert nicht so lange Und schon mal der Hinweis, ja Alle die mitmachen wollen für die Tasse Müssen vorher ihre Eltern gefragt haben Wenn sie noch nicht alt genug sind Ob sie die Adresse rausgeben dürfen Ich frage nicht, ich bin alt genug Genjiert Und drauf Ist da keiner mehr da von euch, oder was? Alle da gut? Er sagt das doch Wie weit ist denn das Portal? Der ist schon ready, aber das Problem ist, wenn ich halt hier vorne direkt sterbe Ist noch irgendjemand? Wenn keiner Bescheid gibt Oh, nee Okay, ich bin auch gleich wieder da Wie wechselt man da eigentlich unten die Fähigkeit durch? Bei Q Bei Q nochmal Bei Q halten meine ich Na, einfach noch ein zweites Mal drücken Mann, Junkrat, ey Oh, der geht mir so auf den Zünder Ach Ja, hab ich verloren Ne Bis spät Ach, wobei, ist noch um Camp, ne? Ne Ne Ach, shit Ach ne, das war die Killcam, verdammt Ne Die ist ja immer zeitverzögert Ne Ich hatte, ähm, die Killcam an Die zeigt ja leider nicht die aktuelle Zeit Ja Ja Und tschüss Ja, zorn Oh, Vorsicht Drache Heilung liegt rechts hinten Och, Genji Junkrat links, ja. Ja, ist tot. Die Scharfschütze müssen wir irgendwie mal erwischen. Mhm. Rechts, Gengi, rechts, Gengi. Wurde ich mir. Vorsicht von vorne. Heilung liegt hinten. Are you ready? Reinhard down. Ja, das wird nervt. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Ich hör sie doch. Da wo die, äh, Granaten gerade herkommen. Da ist schon Alex. Es sind ja nur noch viereinhalb Minuten, ne? Oh, Junkrat kommt wieder. Eine Selbstschussanlage wurde zerstört. Ja, die steht oben drauf, warte. Oh, man. Down. Genji Junkrat links. Wenigstens die Sniperin erwischt. Ja, mal hin. Wenn etwas. Heilung liegt hinten. Wir haben Jedi bei uns im Camp. Wo ist der Genji? Links oben. Der war links da an der Säule. Ja. Mit der Anna zusammen. Vorsicht. Oh, aua, aua, aua. Heilung liegt. Ich komme hier nicht weg. Der kann ich da nicht heilen, Täter. Der kann ich da nicht heilen, Täter. Wer... Au, scheiße. Ich hab kein Ulti ready. Nee, auch nicht. Der ist schon der Fahrer. Rad ist... Ah, leider zu spät genug gegangen. Ah, ein Schild. Shit. Verdammt. Ja. Ich bin auch da. 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 Der geht immer durch. Mal ein Schritt durch. Jo. Entry down. Achtung. Achtung. Der brachte ja immer gar nichts. Nö. Der hat ja gut versorgt. Sah aber schön aus. Ja gut, aber das bringt wenig. Aussehen ist nicht alles. Hätte man für Weihnachten auch noch als Weihnachtsmann mit seinen Schlitten und den Rentieren machen können. Achtung, Farah, recht oben. Ah, Mann ey, Junkpad ist wieder... Was ist denn der? Oh, fuck. Mein, äh, Barriere ist weg. Heile liegt? Die DNA ist recht weg. Oh, Farah ist... ...hier. Regie kommt gleich. Die machen so. Mann. Hansudown. Heilung liegt hinten. Ja, bin doch. Ich hab nur noch 61. Dabei ist das Spiel gar nicht so hektisch, wenn man mal ungefähr weiß, was man machen muss. Ja, ich finde auch. Das ist eigentlich echt. Schau mal. Da gibt's deutlich hektischere. Jetzt kommen sie alle. Ach, ich bist ja du. Alex sieht doch ein bisschen affig aus. Der Schild bricht, Vorsicht. Ja. Au. Ich wohne, dass rechts keiner durchkommt. Noch nicht, sag's nicht zu laut. Nee, ich wollte sagen, wir schwörst nicht. Der Reifen kommt von rechts, der Reifen kommt von rechts. Ja, siehst du, das ist... Ich hab ihn abgefangen. Sehr schön. Ich hab ihn abgefangen. Oh, aber von links ist der... Der Reinhard kommt vielleicht durch, glaub ich. Diva kommt links. Diva kommt links. Oh ja, und von links... Oh. Reinhard kommt von vorne auf den Punkt. Kommt ein paar mehr. Oh, scheiße. Diva hat mich. Wo? Noch rechts? Äh. Rechts sieht hier eigentlich Kree aus. War irgendwo so hier... Genji noch, oder? Hab ich verkackt. Äh. Der war aber eben hinten. aber es ist cool, dass man noch ulti zünden kann, wenn der Messer gerade kaputt geht ich höre Schritte, aber... rechts kommt mir Genschi... ne... ne das... Anna war nicht Anna und Diva waren da gerade Schild 300, ich muss weggen äh, Drache das war kackter, aber regelmäßig hier ja, man hört ja auch das ist das Schöne dabei oh, meiner Schilder habt ihr noch Ultis ready? ne, rein 40% down Achtung, Genschi hat Ulti an jaja, das war mir runtergefallen die hat auch nicht geschwendet heil umliegt naja, ich hab... Diva's Mech ist kaputt Anna ist ein anderes Wetter ich weiß auch da Anna ist ein bisschen slipt wieder Anna ist down Diva kommt wieder jaaa sehr schön oh man oh man ist tatsächlich so, also am Anfang hat man wirklich so ein bisschen Probleme halt bei dem Spiel auch ein bisschen überblick zu behalten gerade wenn man die verschiedenen Fähigkeiten der Charaktere nicht kennt ist immer ein bisschen problematisch, aber wenn man halt tatsächlich sie auch absprechen kann im TS zum Beispiel ist es ein bisschen einfacher und vor allem was auch ein bisschen einfacher ist dann wenn man die Karten kennt ne also wenn man ungefähr weiß von wo die Gegner meistens angreifen können ist es schon gar nicht so schlecht weiß gar nicht, ob du jetzt mit dem Weihnachtspatch schon die neue Karte gab, Oasis oder... ne ne ne, die kommt erst Anfang nächsten Jahres jaa dann ist gut, dann kommt noch nichts weiter an manchen Tagen hast du wirklich die absoluten Nerds, die 24-7 dahinter sitzen und sich am besten noch abwechseln manchmal hast du welche... ja... die haben es gerade irgendwo gekauft und dann... auch die trifft man eher selten, aber... da gibt auch Leute, die haben irgendwie Level 10 oder so, die rechnen so den Hintern auf ja, das sind dann die, die einen zweiten Account gekauft haben, als es den Sale gab die wir von vorne angefangen haben wahrscheinlich für die Statistik oder so was glaube ich auch mal echt cool wäre, wäre so ein Team Fortress 2 oder so ist ja auch ähnlich gestaltet nicht so viel Auswahl bei den Charakteren auch nicht so viele verschiedene Heldenkarten und Fähigkeiten sozusagen aber insgesamt von der Taktik her läuft das auch schon ganz brauchbar das habe ich früher aufgesucht jaa das war ich immer der Spion und das ist auch deutlich... das können wir gerne auch mal irgendwie zoffen das ist ja, diese Robby ist was los jaa weil ich's so kenne... wäre was für euch so... TTT Trapp-In-Terrorist-Town auf jeden Fall da muss man gut... da muss man gut Schauspielern können also Annie ist schon mal raus ooooh, warum? einen Junkrat haben sie einen Hände haben sie auch, die Mädchen jaa Wollen wir wieder links durch? ich bin links mit durch ich bin links mit durch ja ich bin links Achtung, hier sind äh... Laser jaa oh fuck ich kann mich auch grad... die Masse grad kaputt kaputt ah ne, links ist noch einer von hinten, von hinten, von hinten von hinten oh, oh, ja, Zaya Zaya down vorne sind sie noch wenn ihr ne Kugel kriegt war ihre da so oh, jetzt sind sie da aber nach wo, alles gut alles gut alles gut da muss ich tatsächlich auch mit dem D&Ds nochmal Team Fortress ausprobieren das klingt glaub ich auch richtig geil nach dem D&Ds das klingt glaub ich auch richtig geil das ist ja wirklich angenehm das ist ja wirklich angenehm das ist ja wirklich angenehm ja, ja, ich schieße schon drauf ja, ja, ich schieße schon drauf er ist weg ich glaub die kommen nicht mehr ich glaub die kommen nicht mehr die Team Fortress 2 ist ähnlich genagert wie Orgotsch nur nicht, ich find's nicht ganz so hektisch muss ich sagen das ist deutlich angenehmer also das können wir gerne mal für den nächsten schwind oder fester von der Seite kommt Zaya die ist hier hinter uns die Zaya ja, Anna, oder? ah ne die Anna hab ich einmal gefunden äh, ich brauch Leben und ich brauch Schild Moment hör nochmal nicht weg versteck dich immer von mir ich zauber mich gesund ich bin dein großes Spiel ich versteck dich in der Regel immer okay, das ist wieder klar und was ist noch hinterm Heiler verstecken? ach ich bin richtig reingelaufen ich spreche dich nicht ich spreche dich nicht worum geht es hier eigentlich den armer 3 das kenn ich nicht ja, das ist doch was wir das gesagt hab hier Creeper hinter euch vorsicht, Creeper hinter euch ey, der Reifen ist down der Reifen hat mich direkt erwischt Lein, hatte ich nicht meine Ulti wäre ready Ja, meine Ulti ist jetzt gerade ein bisschen universistisch. Okay, die haben gerade alle Ultis gezogen. May ist schon mal down? Lass uns alles von der Laser reinmachen. Ich sehe aber gerade auch nichts, ne? Okay, das war für mich selbst auch gerade ein bisschen chaotisch. Das war in der kleinen Ecke, das war echt grad... Also ich habe mitgekriegt, was gab, aber nicht wann und von wem. Ja, die haben halt alle Ultis gezündet, die man irgendwie hat. Ja. Reinhard, dann Anna noch. Ja, Reinhard, Anna, den Reifen habe ich vorher weggemacht, der kam mir auch noch. Ja, und dann noch Tobi, oder? Ja, den habe ich sogar gar nicht mehr mitgekriegt. Ey, ich muss mal weg, denn ich schiefe mein Schild auf. Da rein, dann kommen wir recht. Ja. Durch den Untergang. Oh, Achtung, links sind wieder die... Ne, mach keinen Sinn. Oh, ne. Achtung, Reeper hinter dir mal. Und zwei auch, äh... Ah, der Reifen. Zilto. Oh, gracias. Ja, Zilmitra. Oh, die haben auch nicht Zilmitra. Also die haben hinter der Statue in dem Gang, haben sie auch Zilmitra, wenn sie sich in Verstecken aufpassen. Ja. Das Reyes kommt schon wieder an hier. Bei dieser Schmerzen. Also wenn man die nicht boostet, ist die relativ harmlos. Ich hab dich gesund. Ich hab dich mal drin. Ja. Ich war noch die ganze vorne. So, zwei Selbstschussanlagen und einen Typen gekillt. Wenn ich richtig höre, ist der Reeper irgendwo links. Der ist links unten. Der kommt von links, der kommt von links. Ja, ich seh ihn. Von hinten flankiert. Vorsicht, chill, pass down, vorsicht. Achtung. Keinen erwischt. Sehr gut. Ah, ich bin am schlafen. Da bin da. Ich bin da. Ich kann gar nicht zu lassen. Hm. Ah, das ist schon okay. Und die ist ready. Wie schnell die hier wieder herkommt. Ich bin auf Dreck, die ja pumpen. Ja. Ja, ja, jetzt hast du mir gewischt. Und hier kommt. Ach, nein. Ah, reifen, 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 vorsichtig. Von links. Okay, ist weg. Du. Ja, das stimmt. Links kommt der Reaper. Wenn du es irgendwann mal ausprobieren möchtest, da gibt es ein Stück noch mal die nächste Möglichkeit, das zu testen. Vielleicht zu einer, wenn du mal schwimmst. Alex, ich bin bei dir. Ich schmeiß mal mein Rad da rein. Oh, fuck, da sind sie. Achtung. So, Junko ist weg. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. So, Junko ist down von denen, aber... Das ist ja, ja, gehen wir mal rein. Ja. Der Reinhardt ist weg, der Reinhardt ist weg. Ja, lass ihn laufen bis er in den Film vergehen wird. Nee, ich hab ihn mal gegen die Wand geballert. Links hinterm oder links normal? Äh, links hinten. Ah, nein, rechts hinten. Boah, da ist Junko auch rechts hinten. oh 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 hm hm come ah da lief doch oh oh weeper von links den rheinland auch was klingt denn jetzt heuer an oh wie lange lebt denn der blöde rheinland wie lange viel zu lange versuch mal so neben mir ein bisschen den chat zu verfolgen ja nach und zu mal pulsi's ready schon wieder reifen komm aus der mitte raus reifen kaputt oh der reaper ist leider zu schnell auch so wo werde ich gebraucht oh reaper ist tot ne der hat noch überlegen die sind alle hinten drin oh man wenn das dann eigentlich so wir haben es ja ich würde sagen nach dem match verloren haben wir das testchen für alle die schon ganz ungeduldig sind wie immer alle ungeduldig sind immer die sind dann einfach so ein bisschen den chat zu verziehen oh der reaper von links so ich hab meine ruche wieder ready ich hab meine auch dieser reaper ist aber auch echt unglatt war hier ne Ah, ich bin down. Oh, fang an mit sich. Go go Mario, schießen weg. Jawoll. Ach so, die Zahl, ja. Danke dir. Oh, die Symmetra macht mein Michel mal kaputt. Der Reaper schießt mich jedes Mal raus. Versuch mal lieber ein Stückchen hinten zu bleiben, Kevin. Also dafür, dass der Anschluss schon mal so entspannt war, haben wir jetzt ein bisschen Probleme. Kein Rest mehr. Ja, ich spiele sonst immer Angriffsbesten zusammen. Andere Taktik gerade. Oh ja. Steht von Reinhardt ist down. Reaper kommt links. Der kommt vorsichtig drauf. Reinhardt, äh. Der Reaper kommt. Die Ulti ist weg, mancher. Nee, nee. Komm, jetzt hier, das ist unsere Schatz. Jetzt aber, go go. Einfach durchfreschen. Ja, komm, K-Streak zum Spiel. Vorsicht an, hier hinter dir. Noch halten. Ja. Ah. Keiner hinten aufpassen. Da ist ein Reaper auf dem Punkt. War ja auch. Andere Seite auch. Reaper ist weg. Ja, andere Seite habe ich. Okay, super. Mal Ritz. Da, ja, ist der drin, vorsichtig, Mario. Reinhardt ist wieder hier. Reinhardt. Komm nicht weg. Ja, Reinhardt ist weg. Oh Gott. Oh Gott, ey. Reinhardt. Oh Mann. Achtung, Reinhardt. 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 Das ist wieder spannend. Verdammt. Danke, geiler Ulti. Richtig gut. Geile, geile Timing. Geil, mein Gott. Wie geil. Das war jetzt mal hier wieder... Wahnsinn. Eine Sekunde mal nicht. Arbeiten Punkt. Ja. Geil. Das ist doch... Aber ein richtig geiler Reinhardt. Ja, richtig gut. Also der war wirklich... Ich könnte jetzt wirklich eine Umarmung gebrauchen. Ja. Das war wahrscheinlich wieder hier Mr. GG Easy. Ja, ja. Geil. Das hat Laune gemacht. So ein Heimat. Das sind so die Momente, die in Overwatch richtig Laune macht. So geil. Komm Clemix, kriegst mal einen Punkt. Ist aber lieb. Dankeschön. Sehr viel Transcendence.